Das dürfte ja schon in der Größenordnung eines gut ausgebildeten Ingenieursjahresgehaltes liegen, würde ich jetzt mal schätzen. Oder auch eines IT-Lealers, Vertrieblers, wie auch immer. So ist so viel Zeit reingeflossen wie ein Jahr Job. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Weil das ist eigentlich krass. Damals noch mehr als heute. Mittlerweile haben wir die Prozesse so optimiert, dass wir selber fast gar nichts mehr machen müssen. Wir haben mittlerweile überall die Dienstleister. Es kostet halt ein bisschen Cashflow. Aber auf die Summe gesehen ist das vernachlässigbar. Aber auch da. Also kein Vergleich. Wie viel könntest du parallel machen im Jahr davon? Also mittlerweile mit den Prozessen. Wir sind jetzt vielleicht zehn? Zehn. Dann würdest du ja zwei Millionen verdienen. Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, man muss auch immer solche Objekte finden. Das muss alles so funktionieren. Ich löse immer andere Probleme. Funktionieren wird es wahrscheinlich. Wenn das das Bestreben ist. Sönke arbeitet als Ingenieur, als Abteilungsleiter. Hat also ordentlich viel zu tun. Aber trotzdem, ja, nebenbei in den letzten Jahren 15 Wohnungen gekauft. Einige davon auch in Mehrfamilienhäusern. Und noch ein Handelsgeschäft angefangen, wo mittlerweile auch schon mehrere Mehrfamilienhäuser drin sind. Eine sehr beeindruckende Geschichte, die wir einmal verstehen wollen. Hallo Sönke. Hallo Marco. Vielen Dank für die Einladung erneut. Genau, erneut. Also wir kennen uns schon lange. Masterclass 1 hast du gemacht. Damals 2018. Werden wir beide wahrscheinlich nie vergessen. Erster Durchlauf. Genau. Es gibt auch Interviews. Also wir werden jetzt ein bisschen zusammenfassen. Dein Bestand. Wir werden jetzt gucken, was hast du privat gemacht die letzten Jahre. Hast dann eben auch zusammen mit einem Kumpel ein Handelsgeschäft angefangen. Auch über die Zinserhöhung hinweg. Was super spannend ist natürlich. Dann auch noch variabel finanziert. Also genau das, was auch die Probleme... Alles mitgemacht, was man nicht tun sollte. Genau. Wer jetzt quasi die Vorinterviews, wir fassen es trotzdem zusammen, aber sich angucken will. Das ist glaube ich über drei Jahre her, das letzte Interview. 2019 war das, ja. 2019? Ich glaube 2020, 2021 haben wir auch ein Interview gemacht. Da auch nochmal, ja. Wir haben drei, glaube ich. Sönke und Emocation googeln, suchen oder so. Dann findet man alles. Aber wir fangen jetzt trotzdem nochmal an. Wir wollen dann logischerweise zum Schluss auch verstehen, wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut. Es kommen nämlich auch noch drei Kinder dazu. Also jetzt schon mal Respekt dafür. Ja. Genau. Aber wir fangen an mit den Immobilien, mit dem Privatbestand. Und genau. Also mittlerweile sind das 15 Wohneinheiten. Davon gibt es ein Siebener Mehrfamilienhaus. Genau. In Erfurt. Ja. Genau. Und über das haben wir auch schon ein bisschen berichtet. Da wollen wir natürlich wissen, wie es jetzt steht und läuft. Aber erzähl nochmal ganz kurz deinen Einstieg in Immobilien. Wie und wann ging es los? Ja. Start war tatsächlich 2017, wo ich mich recht intensiv mit dem Thema Geldanlage beschäftigt habe. Habe davor viel gemacht mit dem Bereich Aktien, ETF-Anlagen und in die Richtung. Ich sage mal, war semi-erfolgreich. Es lief okay und bin dann doch tatsächlich, ja, ich glaube in erster Linie auf eure Videos eigentlich gestoßen von Immocation. Das war, glaube ich, auch so eure Zeit, wo ihr gestartet habt. Habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt. Sehr viele Bücher gelesen in dem Bereich und habe dann Ende 2017, Anfang 2018 meine erste Wohnung gekauft. Muss auch sagen, das war bis heute eigentlich, ja, der Entscheidungspunkt für alles. Ist erst mal zu verstehen, wie funktionieren Immobilien und ist bis heute auch meine lukrativste Immobilie, muss ich sagen. Ich sage immer, die erste ist die wichtigste, egal wie sie läuft. Ja, und so hat das dann seinen Weg gegangen. Was war der Antrieb? Was war der Antrieb? Ja, sicherlich irgendwo Geldanlage. Also man hat ja Geld verdient, hat auch nicht alles ausgegeben. Man war vielleicht auch noch so ein bisschen in dem Studentendenken, sage ich mal, und da ist eben Geld übrig geblieben und da war die Frage, wie lege ich das an? Und dann kam aber dazu, wie kann ich vielleicht das Ganze mit Spaß machen und wie kann ich es auch nachhaltig machen? Auch so ein bisschen Gedanke Richtung Altersvorsorge. Ich sage mal, die ganzen Rentenversicherungen, die einem so angedreht werden, wenn man das mal wirklich durchkalkuliert, aus meiner Sicht nicht wirklich lohnenswert. Ja, und da hat eigentlich keinen Weg an Immobilien vorbeigeführt. Und ja, okay, jetzt gruppieren wir mal vier Wohnungen, dann kam ein Mehrfamilienhaus und dann nochmal drei oder vier. Im Privat jetzt, danach kommt das Handelsgeschäft, aber das. Genau, also ein Mehrfamilienhaus im Privaten tatsächlich und ein Zweifamilienhaus und Rest sind Eigentumswohnungen. Ah ja, okay, zwei, okay. Okay, ja. Und die ersten vier, wo sind die? Die sind in Nürnberg und Fürth. Also das ist alles in der Metropolregion, wo anfangs mein Fokusstandort war. Und das Mehrfamilienhaus dann in Erfurt. Das ist relativ viel aus der Masterclass, die ich dann, ich glaube, ich hatte zwei Wohnungen gekauft, habe dann die Masterclass gemacht, erster Durchlauf. Bin dann sehr viel in Kontakt mit den Coaches gekommen, habe viele Gespräche geführt und da kam dann die Idee Mehrfamilienhaus und da kam auch die Idee Standort Erfurt. Ja, ja, ja. Okay, und die ersten vier, mit welcher Strategie, welchen Renditen, wie geht es denn mit denen? Ja, also wenn man sich das erste Video anschaut, war ja mein Fable so für, ich sag mal, absolut unterbewertete Immobilien. Das heißt, ich habe in der Regel günstig eingekauft, dennoch mit schlechter Rendite, weil die Mieten größtenteils unterirdisch waren. Also die waren teilweise bei ein Drittel der Hälfte des eigentlichen Marktwertes. Das ist überraschend, ne? Also denkt man, wenn man sich mit Immobilien nicht beschäftigt, gar nicht, dass es sowas gibt, aber es ist häufig der Fall. Das ist häufig der Fall und das ist vor allen Dingen der Fall, wenn man nach Rendite kauft und ich bin relativ schnell weg davon, nach Rendite zu kaufen und bin auf den Quadratmeterpreis gegangen. Also habe mir quasi meine Zielrendite, die ich erreichen will, selber gesetzt. Ich wollte immer sechs Prozent erreichen, potenziell. Habe geschaut, welche Mieteinnahmen habe ich und habe so kalkuliert, was ist denn der Quadratmeterpreis, den ich mindestens im Kauf erreichen muss. Und das war damals so die magische Grenze von 2000 Euro. Das heißt, ich habe ganz gezielt nach Immobilien gesucht, die unterhalb dieses Quadratmeterpreises liegen. Weil du wusstest, an dem Standort Nürnberg, Fürth, Erlangen kann ich eine gewisse Miete pro Quadratmeter erzielen. Dann muss ich für unter 2000 Euro, mache ich erstmal einen guten Deal und irgendwann werde ich die Miete da hinbekommen. Ganz genau. Also ich habe quasi das Potenzial gekauft und nicht die Istrendite. Und ich glaube, das war damals zu der Marktphase, haben sehr, sehr viele nach Rendite gekauft. Die haben immer geschaut, welche Istrendite habe ich. Und die Objekte waren natürlich entsprechend entweder nicht vorhanden oder sehr teuer. Und mein Ziel war immer, diese Mieten zu entwickeln. Und da bin ich halt über die Worst-Case-Betrachtung rangegangen. Also was ist das Minimum, wie ich die Immobilie entwickeln kann? Alle drei Jahre meine 15% Mietsteigerung. Vielleicht durch eine Gewerkesanierung noch 8% umgelegt auf die Miete. Und da muss ich sagen, die Immobilien haben sich weit besser entwickelt, als es eigentlich der Plan gewesen ist. Also da hat sehr viel reingespielt. Sicherlich Mieterwechsel. Dass einige Mieter sich entschieden haben, eben was Neues zu suchen. Dann bin ich natürlich auf Schlag auf Marktmiete gewesen. Ich konnte viel durch Sanierung entwickeln. Ich habe zum Beispiel eine Gaszentralheizung in die Wohnung reingelegt. Also Wasserheizkörper. Vorher war auf Stromheizung umgelegt. Und ja, konnte so die Immobilien eigentlich deutlich stärker entwickeln, als es zunächst angedacht war oder als die Worst-Case-Betrachtung gewesen ist. Und habe die Miete jetzt, ich habe es auch vorher mal grob überschlagen, also knapp verdoppeln können. Tatsächlich in den vier Jahren sind es ja jetzt, glaube ich. Ja, wir ziehen gleich Bilanz in den Zahlen für deinen Privatbestand. Ich finde den Punkt ganz spannend, weil das, sagen wir mal, für jemand, der das schon ein bisschen macht und für viele Leute in der Community sicherlich auch ein klarer Zusammenhang ist. Ich kaufe Under-Rent. Ich kaufe Potenzial. Aber zu dem Zeitpunkt warst du ja quasi noch unerfahren eigentlich. Hast du ein Vertrauen gehabt, dass du die Miete dann auch wirklich steigern kannst? Weil man stellt sich ja dann diese Fragen so, okay, ich weiß ja nicht, wann der Miete auszieht. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Recht, hier große Mieterhöhungen durchzudrücken. Ist ja sicherlich nicht auch der Miet-High, der jetzt probiert, alles bis unter die Decke zu optimieren an der Miete direkt. Wie war da dein Blick drauf, als du noch nicht wusstest, dass das dann schon passiert? Ja, gute Frage. Also ich bin tatsächlich immer über die Worst-Case-Betrachtung rangegangen. Also funktioniert das, was ich hier tue, im allerschlimmsten Fall. Und das nicht, indem ich privat zuschießen muss, sondern indem sich mindestens die Immobilie selber trägt. Also Bankrate gleich Miete. Bankrate gleich Miete oder besser. Das war immer mein Mindestziel. Also wenn man das erste Video anschaut, habe ich das eigentlich auch bei Immobilien so weit erreicht. Ich war immer bei Cashflow null oder auch schon positiv damals. Man muss sagen, die Zinsen waren natürlich auch einfach deutlich niedriger. Und hatte somit immer die Sicherheit, ich weiß, im schlimmsten Fall, wenn alles schiefläuft, wenn ich nur das Minimum erreichen kann, was ich erreichen kann, dann funktioniert das. Und das hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich ein Konstrukt aufbaue, was sich auch längerfristig trägt. Und ja, also der Markt, die Marktentwicklung hat jetzt dafür gesprochen, auch ich sag mal die neuesten Mietentwicklungen, die momentan echt durch die Decke gehen, muss man sagen, einfach aufgrund des Marktes. Sehr schöner Markt übrigens aktuell. Haben eigentlich dazu geführt, dass es sich wesentlich besser entwickelt hat, als zunächst geplant. Ja, ja. Jetzt können wir gerade gleich abbiegen, wenn du schon den Markt sagst und das einmal kurz quasi, das mal vergleichen. Weil wir quasi beide von den Anfängen kommen ja aus der Zeit und du hast da angefangen, da war es sehr, sehr schwer, eine gute Rendite hinzubekommen. Da sind die Kaufpreise den Mieten davongelaufen. Die Mieten sind gestiegen, die ganze Zeit, weil wir Wohnraummangel haben, klar. Aber die Kaufpreise sind eigentlich noch schneller gestiegen. Und es waren, wenn du dann sprichst von, du möchtest dich eigentlich auf 6% entwickeln und so, dann ist das ein Maßstab, der jetzt ja nicht mehr funktioniert. Richtig, ja. Richtig. Was legst du heute für einen Maßstab an, würdest du sagen? Rendite? Für die Rendite selber. Ja, also ich meine, die Renditeentwicklung ist gerade wieder recht interessant, weil die Immobilienpreise im Ankauf sinken. Es ist so. Also es heißt nicht, dass der ganze Immobilienmarkt einbricht, aber ich kann, wenn ich gut verhandle, die richtigen Immobilien finde, kann ich deutlich am Preis verhandeln und gleichzeitig steigen die Mieten. Das heißt, die Renditen werden eigentlich gerade wieder ziemlich interessant. Wenn ich aber sage, ich habe meine Bankrate, ich sage mal, ich habe 4% Zins. Mittlerweile gibt es auch schon wieder 3, ich habe sogar schon gesehen, mit einer 2 wieder vorne die ersten Finanzen. Also die Zins kommt auch langsam wieder runter. Sagen wir mal konservativ, wir haben 4% Zins. Ich kann die Tilgung vielleicht ein bisschen drücken, bin ich immer noch bei 5, 5,5%, die ich mindestens erreichen muss in der Rendite. Und das ist nach wie vor mein Mindestziel. Also Cashflow muss positiv sein. Aber die Entwicklung momentan ist super interessant, weil die Mieten gerade steigen am Markt. Und die Preise im Ankauf gerade eigentlich, also ich weiß nicht, ob wir solche Zeiten nochmal wieder sehen werden. Ich habe eher Sorge, dass die Zeit jetzt zu schnell vorbei geht, wo die Zinsen wieder runterkommen. Ja, ich habe die gleiche Sorge, dass das Fenster zugeht. Jetzt auch durch die Zinsen, die vielleicht runterkommen. Weil das echt so ein Fenster ist, in dem man richtig gut verhandeln kann. Aber eigentlich schon weiß, und das mittlerweile natürlich mehr und mehr Käufer auch antizipieren, dass die Mieten ebenso steigen. Ja, richtig. Selbst wenn ich mit noch nicht so ganz guten Istrendite einkaufe, kann ich davon ausgehen, dass ich in den nächsten Jahren eine deutliche Steigerung wahrscheinlich habe. Ja. Okay, okay. Erste, wie hat sich das angefühlt bei den ersten Wohnungen? So ein bisschen geil, gut. Ja, also der krasseste Moment war eigentlich, als das erste Mal die Miete auf dem Konto eingegangen ist, bei der ersten Wohnung. Ich dachte, okay, du hast ja gerade eine Geldeinnahmequelle geschaffen. Das ist ja wie so ein kleines Unternehmen, was man sich aufbaut. Also der Mieter ist quasi dein Mitarbeiter und du musst dafür sorgen, dass es dem gut geht und du hast dein kleines Unternehmen. Und wo das erste Gehalt quasi reinging, das war ein unglaublich gutes Gefühl. Und noch schöner war es, wo man dann gesehen hat, die Bankrate war kleiner als die Mieteinnahmen, die erzählt wurden. Und da bleibt was über. Ja, unten aus der Bankrate wird er noch getilgt. Und es wird noch getilgt. Das ist genau. Das vergesst man auch oft, dass der Vermögensaufbau ja größer ist als der Cashflow. Ja, schön. Okay. Also da haben wir vier Wohnungen. Jetzt reden wir über das Haus. Ich fasse zusammen, was aus unserem letzten Gespräch rauskam. Du hast dann ein Siebener Mehrfamilienhaus gekauft in Erfurt mit der Idee, jetzt ein bisschen größer zu wachsen, aber auch mit der Idee vom Standort her, Erfurt ist etwas besser in den Renditen als jetzt Nürnberg. Wahrscheinlich ein gutes Stück, was wir zu sagen. Ein, zwei Prozent besser. Also mittlerweile hat es sich fast angeglichen, muss ich sagen. Aber zu der Zeit war es, ja, ein, zwei Prozent mehr. Tatsächlich. Also Erfurt ist auch relativ stark gestiegen. Ist auch ein nach wie vor sehr lukrativer Standort. Die haben halt viele Logistikunternehmen, die sich da ansiedeln, wie Zalando, Amazon, Infineon etc. Die haben eine Anbindung mit ICE. Die Seidenstraße aus China soll dort eine Endstation bekommen. Das ist ein sehr lukrativer Standort, der jetzt auch sich gut entwickelt hat in den letzten Jahren, muss man sagen. Also ich würde sagen, viel günstiger als Nürnberg kann ich da gar nicht mehr einkaufen. Also Renditen sind vielleicht noch knapp drüber. Damals waren es so anderthalb, zwei Prozent, würde ich sagen, über Nürnberg. Ja, ja. Okay, und mit der Idee bist du nach Erfurt gegangen, hast ein 7-E-Märfer-Mainhaus gekauft, hattest es damals, gerade noch im letzten Podcast gehört von uns, keinen Cent runter verhandeln können. Das würde man heute auf gar keinen Fall so machen in der Marktphase. Aber da war halt so ein Bieterwettkampf. Ja, ja. Und hast das gekauft und drei Wohnungen sind relativ schnell leer gegangen. Genau, ich habe tatsächlich relativ schnell dann Mieterwechsel gehabt. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr sind drei Wohnungen leer gegangen. Mittlerweile sind es noch mehr, also fünf insgesamt habe ich jetzt schon durchwechseln können, in dem Sinn muss man ja sagen. und habe die Wohnung dann auch in dem Stil, wie vorgenommen damals, dann renoviert oder saniert. Also ich habe drei Bäder komplett neu saniert und die Wohnung renoviert. Das heißt, Böden neu, Wände gestrichen, Türen lackiert und so alles. Also fünf von sieben sind neu vermietet mittlerweile? Ja, fünf von sieben sind neu vermietet. Und die sind dann auf Marktmiete vermietet? Die sind dann auf Marktmiete, ja. Das hat gut funktioniert? Das hat tadellos funktioniert. Nachfrage war immens. Die Wohnungen sind relativ klein. Also die kleinste ist irgendwo bei 30 Quadratmetern. Das heißt, die vermieten sich super. Und ich habe trotz, ich sage mal, Miete auf Marktniveau, ist es eine sehr attraktive Wohnung, weil natürlich die Gesamtkosten, inklusive Nebenkosten, immer noch relativ gering sind für die Größe. Von daher gute Lage in der Nähe der Uni, in der Nähe der Uniklinik. Was kriegt man in Erfurt auf den Quadratmeter jetzt? Also ich bin so zwischen neun und zehn Euro auf dem Quadratmeter für die Wohnungsgröße. Okay, okay. Und hast gekauft auf den Quadratmeter für unter zwei? Weit unter zwei, ja. Also ich habe bezahlt, ich glaube im ersten Video haben wir es 1200 Euro, glaube ich. Genau. Hast aber wahrscheinlich zwei, drei, vierhundert Euro auf den Quadratmeter nochmal reingesteckt mit den Wohnungsrenovierungen? Ja, also es war, es ist weniger. Ich habe das, ich konnte einen Hausmeister gewinnen, quasi der Mieter im Erdgeschoss. Mit dem habe ich mich von Anfang an sehr gut verstanden. Und er hat gleich gesagt, er hätte Lust, Hausmeistertätigkeiten da für mich zu machen. Ist handwerklich auch sehr geschickt. Und ich konnte dann quasi durch eine verminderte Miete bei ihm, habe ihm da was Gutes getan. Er hat eben relativ viel Freizeit gehabt, konnte mir dann bei der Wohnungsrenovierung helfen. Er hat renoviert? Er hat teilweise renoviert, er hat zum Beispiel mir die Böden gemacht, er hat auch neu tapeziert zum Beispiel, solche Geschichten hat er gemacht, Türen geschliffen und neu lackiert. Alles, was jetzt in die Gewerke ging, sprich Elektrik oder Badezimmer etc. Sanitär, habe ich dann über Firmen machen lassen. Okay, und die hast du über die Distanz beauftragt? Die habe ich über die Distanz aufbetracht. Ich bin schon regelmäßig am Erbeck gewesen. Das war aber auch ein Punkt, was mich immer gestört hat. Man fährt halt jedes Mal anderthalb, zwei Stunden dahin. Man kann das nicht regelmäßig überwachen. Das hat er dann viel für mich gemacht, viel auch über Bilder und Videos. Mittlerweile habe ich eine Hausverwaltung drauf gesetzt. Eine sehr, sehr tolle Hausverwaltung, die mehr macht als nur Verwalten, sondern die macht auch Wertentwicklung. Den Namen sage ich jetzt nicht. Es ist eine One-Man-Show, aber sie macht das wirklich grandios und sorgt dafür, dass es dem Haus gut geht. Okay, also Sanieren über die Ferne oder Renovieren hat geklappt? Ja. Was? Mit allen Umständen. Also das klingt jetzt so Bilder, also es war auch teilweise nervige Zeit. Also es lief dann nicht alles glatt und dann gab es auch Reklamationen und da mussten teilweise, ich habe einen Bart wieder komplett abreißen müssen, weil die Fliesen nicht richtig gefließt waren. Und also sowas gehört auch dazu. Okay, okay. Aber genau, was hast du noch? Ich weiß noch, du hast gesagt im letzten Interview jetzt, also einmal die 15%-Regel wolltest du nicht verletzen, 15%-Grenze. Du wolltest nicht so viel, das ist mittlerweile ja kein Problem mehr, weil du bist über die drei Jahre hinaus, oder? Was hast du noch am Haus gemacht? Es war eine Gaszentral drin, die ist wahrscheinlich noch drin? Die Gaszentral ist noch drin. Die läuft tadellos. Das ist eine Brötchenheizung. Die läuft super. Dach wolltest du vielleicht ausbauen? Dachboden hatte ich mal überlegt, aber ich habe mich jetzt erstmal fokussiert auf das, was da ist quasi, das zu entwickeln. Hast du Fassaden gemacht? Ich habe jetzt gerade eine Firma übers Netzwerk bekommen, die sich die Fassade anschaut. Die Substanz selber der Fassade ist super, also es geht wenn dann nur darum, die wieder aufzuhübschen. Aber war für die Vermietung gar nicht nötig? War für die Vermietung nicht nötig. Also das ist eher mal, wenn ich irgendwann mal Richtung Verkauf schiele, vielleicht nach zehn Jahren, sei es meine eigene VV-GmbH oder sei es anderweitig, dann würde ich das definitiv machen, weil das ein Kosmetik-Thema ist. Kosmetik hilft dir in der Vermietung? Ich weiß nicht, Treppenhäuser, hast du da was gemacht? Treppenhaus habe ich nichts gemacht. Okay, aber Garten. Genau. Du hast mir ein Bild gezeigt, mal das Bild nochmal. Das Bild, das können wir vielleicht auch einblenden. Ja, das habe ich ja damals Opa gezeigt, glaube ich. Das war also wirklich ein Dschungel gewesen. Das war mit das Erste, was ich angegangen habe, um einfach den Nutzwert, ich zeige es dir mal gerade rüber, den Nutzwert der Mieter zu erhöhen, weil es gibt eine schöne Tür nach hinten draus. Früher haben da auch Gartenfeste und so weiter stattgefunden, haben mir die Mieter ganz begeistert. Die haben da gegrillt, auch mit der ganzen Gemeinschaft und so. Und das wollte ich eben mal wieder ein bisschen wiederbeleben lassen dadurch und habe mit der Gartenbaufirma das wieder nutzbar gemacht. Ja, genau. Also das ist ja irgendwie die Frage, die man sich stellt, was muss man wirklich für die Vermietung machen? Und du hast offensichtlich ja eine sehr hohe Mietnachfrage und hast mit Garten quasi, ah ja, das, ja. So sah es vorher aus. Also der Unterschied ist für die, die jetzt nur zuhören, das ist quasi Dschungel versus gepflegter Garten. Und das macht dann natürlich logischerweise was aus, auch in der Vermietung, ne? Absolut. Absolut, ja. Also der erste Eindruck ist halt ein ganz anderer, definitiv. Okay, aber was ist der Plan für das Haus über die nächsten 10, 20 Jahre? Weiter so entwickeln. Also ich bin jetzt Schritt für Schritt durchgegangen. Wie gesagt, fünf Wohnungen sind jetzt durchrenoviert. Die Bäder sind saniert. Ich habe die Heizung angegangen, also habe die komplett neu isoliert. Ah ja. Die Rohre etc., einfach um den Energiewert auch ein bisschen nach oben zu bringen. Wie ist es denn energetisch? Ich bin jetzt bei Energieklasse E, müsste das sein, 150. Also nicht gedämmt? Nicht gedämmt, nicht gedämmt. Also das ist Baujahr 1890. Das heißt, ich habe per se schon relativ dicke Wände. Von daher ist der Energiewert eigentlich gar nicht so schlecht. Gott sei Dank ist das ja gekippt werden auf Europaebene, dass ich die Pflicht habe, bis 33 da ein Level zu erreichen. Aber dennoch, irgendwann wird da was passieren müssen. Du wirst das irgendwann dämmen wahrscheinlich. Ja, also ich vermute mal, dass ich mit einer Dach- oder Dachbodendämmung und neuen Fenstern schon hinkomme vom Energiewert, dass ich meine 130 oder besser erreiche. Schiebe ich aber momentan noch ein bisschen in die Zukunft. Nebenkosten sind tatsächlich relativ gering bei dem Gebäude. Okay, genau, das muss man sich einfach nur angucken. Ich glaube, also die Sanierungspflicht ist vorm Tisch, was interessant ist erstmal. Dass Deutschland da auch, da dachte man, das kommt vielleicht, aber das kommt nicht. Aber ich habe jetzt gerade letztens für ein Video auch mal die CO2-Steuer ein bisschen ausgerechnet. Das ist bei 45 Euro pro Tonne, die es ja jetzt eben gibt in 2024 als Preis. Ist das okay? Es gibt da quasi dann ein Zehn-Stufen-Modell. Wie viel von der CO2-Steuer muss der Mieter oder der Vermieter tragen? Gibt es zehn Stufen? Und du musst als Vermieter, weißt du logischerweise alles, musst du eben mehr tragen, je schlechter dein Gebäude ist. Das ist bei dem Preis kein Problem, aber es gibt quasi ja einen möglicherweise fairen Marktpreis für eine Tonne CO2, wo man irgendwie sagt, der könnte bei 200 liegen. Wenn ich jetzt über viele Jahre, also den CO2-Preis, den ich heute habe, für vier- oder für fünffache und dann davon den Großteil selber tragen muss als Vermieter, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann quasi durch die Hintertür so einen Impact auf meine Kalkulation, dass du wahrscheinlich irgendwann anfangen wirst zu dämmen. Genau. Okay, aber das hast du quasi auf dem Schirm. Wie würdest du das machen, Energiesanierung? Du würdest mit der Bank finanzieren wahrscheinlich? Ja, also genau, es kommt darauf an. Es gibt ja schon sehr attraktive Förderungen, die jetzt kurzzeitig ja sogar gestoppt waren, die jetzt wieder anlaufen. Also wenn ich auf dem KfW 55 Standard gehen würde, dann wird es natürlich richtig attraktiv. Da gibt es Tilgungszuschüsse, da gibt es günstig finanzierte Darlehen. Wir haben es tatsächlich mal durchkalkuliert. Für ein anderes Objekt später. Es wäre aufgegangen, aber man muss immer sagen, und ich finde, das vergessen ganz viele bei dieser ganzen Debatte, im Ende wird diese ganze Energieeinsparmaßnahmen auf den Schultern der Mieter ausgetragen. Und das vergessen viele. Das kann als Investor sich rechnen, aber im Endeffekt habe ich ja meine Möglichkeit, die Miete zu erhöhen. Das ist auch gedeckelt mittlerweile. Aber wenn ich schon auf Marktniveau bin und ich drücke vielleicht einen älteren Ehepaar nochmal drei Euro oder ein Quadratmeter oben drauf, dann muss ich mich als Investor schon auch fragen, lohnt sich das in jedem Fall? Oder gibt es eben gewisse Situationen, wo ich sage, ich lasse es lieber sein? Von daher, also es kann sich schon lohnen, auf den 55er zu gehen, aber da muss ich schon einiges in die Hand nehmen. Also ich trage natürlich auch ein gewisses Risiko. Ich kriege günstige Darlehen, ich kriege Tilgungszuschüsse etc., aber ich nehme dann schnell mal 150, 200.000 Euro halt in die Hand. Und nur eine neue Wärmepumpe rein, wird sich sogar auch rechnen. Aus meiner Sicht einer Milchmädchenrechnung eigentlich. Ich komme auf Energieeffizienz, wird A oder B nur, wenn ich eine Wärmepumpe reinbaue, ohne die Hülle anzufassen. Das ist rein rechnerisch durch den Klimafaktor, durch den Heizungsfaktor. Aber letztendlich muss ich eigentlich immer die Gebäudehülle erst anfassen. Das sagt ihr ja auch immer wieder. Erst mal anschauen, was kann ich am Gebäude tun, dann die passende Wärmepumpe dazu kaufen. Wenn ich das alles anfasse, dann bin ich schnell bei 150, 200.000 Euro für ein Gebäude. Also schön, dass du es ansprichst. In das Dilemma laufen wir rein. Wir haben Klimaziele, die kosten einen Haufen Geld. Und der Wohnraum, den wir dann dafür herstellen müssen, das kostet auch einen Haufen Geld. Und wenn wir das zu eh steigenden Mieten, weil wir sitzen jetzt hier, und natürlich aus Investorensicht ist das erstmal eine gute Nachricht, dass Mieten steigen. Gesellschaftlich ist das eine nicht so gute Nachricht. Viele Mieter bluten da jetzt schon. Und jetzt ist Erfurt mag da noch im Mittelfeld liegen. Wenn du dann München Innenstadt oder so nimmst, das ist ja eh schon brutal. Und wenn dann natürlich noch obendrauf kommt, dass es nochmal teurer wird, weil energetisch saniert wird. Also Wohnraum in Deutschland ist einfach, Wohnen ist einfach brutal teuer. Und diese politischen Maßnahmen sorgen dafür, dass es so weitergeht. Also dass die Mieten noch stärker steigen. Auf der anderen Seite, klar, man muss ja, man muss irgendwie tun. Wir müssen halt CO2 neutral werden über die Zeit. Also müssen die Gebäude irgendwie auch optimiert werden. Aber ich glaube auch, es ist keinerlei Eile geboten. Und es ist nicht, also wir machen es jetzt auch, wir haben jetzt auch für einen Teil unseres Bestandes beschlossen, dass wir erstmal wirklich gar nichts, aber wir analysieren wirklich gerade alle Häuser, alle Lagen, gehen auch mit Energieberatern durch, machen Sanierungsfahrpläne und so. Und für, ja, auch einen nennenswerten Teil in unserem Portfolio ist die Entscheidung ganz klar, wir machen einfach wirklich nichts. Haben natürlich das im Hinterkopf, gucken immer genau an, wie entwickeln sich Warenmieten und so weiter. Aber gerade auch an Standorten, wo die Quadratmeterpreise vielleicht niedrig sind, wo die Investition viel mehr durchschlägt, kann man da auch einfach beim Nein rauskommen. Genau, also das Haus wirst du einfach so weiterentwickeln und das bringt dir positive Cashflows. Genau, die Mieten haben sich sehr gut entwickelt. Also ich glaube, damals waren es 1600 Euro auf das Gebäude. Die habe ich jetzt auf 2400 Euro Mietannahmen gebracht. Da ist auch noch Potenzial nach oben. Und ich werde das jetzt nach und nach durchentwickeln, die Gewerke durchgehen. Also im Grunde so, wie es damals geplant war. Und Ziel ist aktuell nach zehn Jahren ein steuerfreier Verkauf. Ob ich es dann selber in meine VV GmbH nehme als Cashflow-Objekt oder anderweitig, das schaue ich dann. Ja, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie hoch die Zinsen gerade sind. Richtig, ja, richtig. Genau, auch wie der Markt gerade tickt. Aber es ist ein sehr tolles Steuer-Steuer-Instrument, diese Immobilie. Weil ich kann immer, je nachdem, was ich gerade an Einnahmen habe, was ich überhabe, selber entscheiden. Ich entwickle gerade was oder ich tue es nicht. Weil das Objekt funktioniert, so wie es da steht, sehr gut. Ich habe aber die Möglichkeiten, die Werte zu steigern. Ich muss es aber nicht. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Steuer-Instrument. Also ich beneide dich darum, Stefan und ich. Wir hatten jetzt gerade auch unsere Off-Seite und diskutieren viel, weil wir ja gerne auch Geld aus unseren Strukturen mal dann rausnehmen wollen auf die private Ebene. Was dann immer Geld kostet und wir haben von den ungefähr 270 Wohneinheiten, wo wir irgendwie investiert sind, haben wir nur sechs Stück im Privatbestand. Unsere ersten sechs. Die ersten sechs, ja. Ja, genau. Und wir überlegen jetzt echt Privatzeug uns zu kaufen, damit wir genau diese Steuergestaltungsmöglichkeit machen. Jetzt ist zum Glück bei einer von den sechs Wohnungen, es ist total witzig, wie man dann anfängt zu denken, ist jetzt quasi, zieht jetzt die Mieterin aus. Wir sanieren die jetzt. Und ich denke mir schon so, ich hoffe, wir wird es teuer. Hoffentlich gar nicht viel steuerlichen Verlust, was total bescheuert ist. Aber ja, also ich beneide dich um die Privatobjekte. Okay, jetzt machen wir noch ganz kurz, damit wir das Portfolio rund haben, privat. Und dann können wir nämlich ein paar Themen, die ich da fragen will, zu dem privaten Portfolio. Es gibt noch dann drei weitere Wohnungen, die du nach dem Haus gekauft hast. Genau. Wo sind die denn? Genau, die sind auch nochmal in Fürth, Nürnberg und wir haben uns dann in der Zeit auch ein Zweifamilienhaus gekauft für meine Familie. Ja. Meine Frau, meine drei Kinder und dort ist eine, ja, Einliegerwohnung ist eigentlich schon zu wenig, ist schon eine eigene Wohnung quasi in dem Haus. Die war ungenutzt, die haben wir komplett durchsaniert und vermietet. Also nicht weiter in Erfurt gekauft? Nicht weiter in Erfurt, ja, richtig. Wegen der Distanz oder? Tatsächlich, weil dann der Wandel kam, in eine GmbH zu gehen, auch in ein Fix- und Flip-Geschäft und sowas kann ich im Nachhinein auch nur raten, auch dort zu tun, wo man in der Nähe ist. Außer man hat wirklich gutes Netzwerk vor Ort. Aber da war dann eher die Idee, das in der Gegend zu machen. Okay, das heißt aber, du hast wirklich von, ich glaube 15, müssen dann 8 Wohneinheiten sein in der Region Nürnberg. Ja, genau. Also jetzt privat gehalten, die für dich jetzt rentabel und Cashflow-positiv sind. Die laufen mittlerweile alle Cashflow-positiv. Einige sogar wirklich sehr gut Cashflow-positiv, also einfach durch die neuesten Entwicklungen. Weil das ist interessant, also ich habe die erste Wohnung 2015 gekauft, in Ludwigsburg damals, in der Nähe von Stuttgart. Also Städte wie Nürnberg waren auch 2015 schon, ah, ist eigentlich zu teuer. Ja, ja. Und was in die Karten spielt, ist die Mietentwicklung dann einfach. Also du hast dir sehr viel Mühe gegeben beim Ankauf, dadurch bist du schon mal gut eingestiegen. Und dann hast du einfach eine positive Mietentwicklung, die dann dazu führt, dass ein Standort wie Nürnberg trotzdem für dich jetzt so gut ausgeht. Weil das ist ja frustrierend, wenn ich jetzt heute in Nürnberg bin und da dann die Portale durchgucke, da sehe ich auch noch Angebotspreise, die unverhandelt sind, dass neben die Zinsen lege, werden wahrscheinlich die meisten Zuhörer dabei rauskommen, boah, das mache ich jetzt aber nicht. Glaubst du, man kann jetzt in Nürnberg rentabel eine kleine Wohnung kaufen? Ja, kann man. Also ganz klar, ja. Mit welchen Kennzahlen ungefähr? Also du würdest was für einen Quadratmeter Kaufpreis vermuten und welche Rendite würdest du quasi entwickelt erwarten? Also es gibt schon wieder Kaufpreise, wo ich weit unter 2000 Euro plus in Nürnberg. Ich habe gerade was angeboten bekommen für 1300 Euro den Quadratmeter. Ein Dreier-Mehr-Familienhaus. Renovierungsbedürftig. Also da muss ich von weg. Ich kann nicht die Neubauwohnung im picobello-Zustand mit 7% Rendite kaufen. Und das funktioniert nicht. Also dafür ist die Nachfrage zu groß und dann reduziert sich die Rendite dadurch. Aber wenn ich Probleme lösen kann, was auch immer, sei es die niedrige Miete, sei es Energiesparmaßnahmen etc., dann finde ich attraktive Immobilien. Ich muss Probleme lösen. Ich muss irgendwas tun. Ja, und das kann man so um die Rechnung mal machen, wenn du jetzt da Hausangeboten kriegst in Nürnberg, sagen wir mal jetzt für unter 2000, weil das war jetzt, oder eine Wohnung, das war jetzt schon sehr günstig. Das ist schon sehr günstig. Sagen wir mal, für unter 2000 kriegst du das angeboten. Und wir sagen, du musst über viele Jahre dann nochmal 1000 Euro auf den Meter reinstecken. Da kannst du ja schon viel machen. Ja, also ich muss es dann als Steuerinstrument nutzen quasi. Ja gut, aber da kannst du erst mal schon mal viel machen. Und dann, das ist halt die Frage, wir haben uns die dann auch gestellt für unser Grad, weil wir eben diese Offsite hatten. Und unser ganz Portfoliodurchgang sind so ein bisschen, weil wir jetzt auch teilweise noch investieren in Häuser, die wir noch nicht entwickelt haben und so. Was sind quasi unsere Herstellungskosten in Summe dann? Also was haben wir gekauft und was kommt noch oben drauf? Und dann so ein bisschen auch Mietentwicklung antizipieren. Und wenn ich mir jetzt mal einfach als, keine Ahnung, sagen will, ich kriege für knapp 3000 Euro, dann sanierten Wohnraum in Nürnberg hin, habe ich, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren die passenden Mieten dazu. Ja. Auf jeden Fall. Also ja, ich wäre jetzt schon Cashflow 0 bis positiv und die Entwicklung momentan ist ja relativ eindeutig. Was ist eine Miete in Nürnberg jetzt, wenn ich jetzt wirklich gerade saniert habe und so? Also wenn ich gerade saniert habe, dann geht es schon teilweise Richtung 15 Euro hoch. Ja. Ich habe damals immer mit 10 Euro kalkuliert, da bin ich jetzt drüber, also vielleicht 11, 12 Euro für eine renovierte Wohnung in anständiger Lage. Ja, also dann hätte ich ein 6%er. Ja. Und das geht sich auf. Also die Zinsen sind mittlerweile bei unter 4%. Ich kann die Tilgung leicht unter 2% mittlerweile auch wählen. Das machen die Banken. Dann geht sich das locker auf. Wir reden über den A-Standort. Richtig, ja. Ich bin ja dann in Nürnberg investiert. Ja. Also und das sind jetzt aktuelle Mieten. Das, genau. Wir kaufen jetzt gerade für gedanklich 2000 Euro auf den Meter, stecken nochmal 1000 rein, was jetzt echt sehr pauschal ist und gefährlich und so. Aber und sagen, dem steht eine Miete von aktuell 15 Euro gegenüber, die ich wahrscheinlich kriege, dass ich in 10 Jahren am Standort Nürnberg, wenn ich so eingestiegen bin und das investiert habe, sehr, sehr glücklich bin. Das ist quasi ziemlich sicher vorhersehbar. Ja, genau. Das wäre quasi wie eine Worst Case Betrachtung. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Und es kommen dann immer die Argumente, ja, aber die Immobilienbase patzt doch gerade. Und die Preise sinken noch alle. Also selbst mal angenommen, es wäre so, ich lege ja jetzt mit der Festlegung meiner Finanzierung mindestens die 10 Jahre fest, wenn ich sogar noch länger, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, dann gehe ich halt auf 15 oder 20 Jahre. Dann habe ich das gefixt. Und wenn die Wohnung sich jetzt rechnet, dann wird sich das in 20 Jahren auch noch rechnen. Eher sogar ins Positive durch die Mietsteigerung. Also da muss man die Angst, glaube ich, ein bisschen zurückschrauben. Warte nicht mit dem Immobilienkaufen, sondern kaufe Immobilien und warte. Sehr gut, den muss ich mir merken. Der ist gut. Ja, okay. Also, wir haben es vorhin ganz kurz, ich sage jetzt die Zahlen, die du mir vorhin gesagt hast, die ganz grob sind für deinen Privatbestand. Ja. Du hattest mal zum Start bei den Wohnungen, immer beim Ankauf, hattest du 3000 Euro Miete pro Monat. Ja, genau. Die du jetzt auf 5,5 gesteigert hast. Ja, genau. Es kommt ziemlich gut hin. Also relativ gut verdoppelt die Miete in Fähren. Wie macht man sowas? Ja, also verschiedenste Maßnahmen. Also da, wo es nicht anders ging, habe ich nicht die ganz normalen 15 Prozent hingegangen. Selber Wiedergespräche geführt? Ja, eigentlich immer. Immer kann ich auch nur dringendst empfehlen, nicht einfach den Brief zu Hause formulieren, im Briefkasten schmeißen und hoffen, dass was passiert, sondern aktiv auf die Mieter zugehen. Und die sind meistens wirklich sehr offen für Gespräche. Die kennen ja auch die aktuelle Marktsituation. Und ich bin immer auf die Mieter zugegangen und habe auch immer einvernehmliche Mieterhöhungen gemacht. Also bin in der Regel auch sehr gut damit gefahren. Ich habe immer gefragt, was kann ich Gutes tun? Einer hatte zum Beispiel seine Marmor-Stromheizkörper drin, hat sich dumm und dämlich gezahlt mit den gestiegenen Strompreisen während der Inflation. Und dem habe ich jetzt halt eine komplett neue Heizung reingebaut mit Wasserheizkörpern. Das Haus hatte schon was da. Aber da sogar ein spezieller Fall, ich habe da nicht mal eine wirklich große Mieterhöhung durchgeführt, weil ich gemerkt habe, okay, er kommt langsam an seine Grenzen. Das kann ich auch nur mitgeben. Also nicht immer durchziehen alles, was geht, wo man kann, sondern auch mal ein bisschen drauf anschauen, wie ist eigentlich die Situation gerade. Und da bin ich nicht die vollen, ich kann mir acht Prozent dann umlegen auf die Jahresmiete, die bin ich nicht voll ausgegangen. Aber in der Regel immer durch einvernehmliche Gespräche. Ich habe auch einige Mieter, die vom Arbeitsamt bezahlt werden, auch da Gespräche im Arbeitsamt suchen, gar kein Problem. In einem Fall habe ich 90 Prozent Mieterhöhung, also eine Verdopplung der Miete mit dem Arbeitsamt ausgemacht, weil die wissen, wie ist die gerade die Marktsituation. Und das war eine alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern, die findet momentan am Markt nichts. Das wissen die auch. Da geht echt was. Da geht echt was, ja. Aber immer mit Gefühl reingehen, immer gucken, was geht, niemanden ausnehmen, Mehrwert bieten ist immer ein wichtiger Punkt. Was kann man dem Mieter gut tun? Oft sind es ganz einfache Sachen. Ja, ich habe ein ständig verstopftes Waschbecken und meine Trudel läuft auch nicht richtig ab. Ja, dann bestelle ich halt eine Rohrreinigungsfirma, die kostet mich dann vielleicht einmal 800 Euro, aber dann ist die glücklich. Und dann immer ins Gespräch bin, schau mal, das ist die Marktmiete, da sind wir aktuell, lass uns doch irgendwie schauen, dass wir uns in der Miete treffen können. Das geht in, also ich muss glaube ich sagen, in 100 Prozent der Fälle hat das geklappt. Immer. Und viel durch Neuvermietung. Ja, das ist natürlich, in dem Worst Case betrachtet man das nicht, aber gerade bei kleineren Wohnungen, das ist auch, habe ich einen doch regelmäßigen Mieterwechsel. Alle drei Jahre sagt man ja. Ja, genau, also jetzt in Erfurt sogar öfter, also im ersten Jahr hatte ich direkt drei Mieterwechsel da schon gehabt, konnte die Wohnung schick machen und neu vermieten. Und schwuppdiwupp ist man sofort auf Marktmiete. Ja, das unterschätzt man, wie gut dann Mietentwicklung eigentlich läuft und damit ist nicht gemeint, dass man irgendwas hart reindrückt oder mit den Leuten schlecht umgeht, sondern ganz im Gegenteil. Win-Win-Situationen erzeugt, Neuvermietungen hat und das funktioniert. Also 5.500 Kaltmiete jetzt gegenüber, das hast du ja auch gesagt, 3.500 Bankrate. Sind schon mal zwei über, das ist nicht schlecht, oder? Uns wird ab jetzt besser noch. Ja, genau, da ist noch jede Menge Potenzial. Ziel wäre, durchentwickelt bin ich bei dann etwa 5.000 Cashflow, die übrig bleiben, mit dem Bestand. Also wenn dein Bestand jetzt komplett auf Marktmiete vermietet wäre und der aktuellen Bankrate. Genau. Okay, wie hast du finanziert? Also klar, du hast natürlich mit deinem Gehalt wahrscheinlich eine gute Bonität gehabt, aber wie viel Geld ist da irgendwie mit reingeflossen von dir selber in diesen Privatbestand und haben die Banken Juhu geschrien? Ja, also die Banken haben sich schon gefreut. Ich muss sagen, ich habe natürlich auch noch viel in der Zeit finanziert, wo der Zins noch relativ günstig war. Ich habe sogar teilweise noch finanziert, wo er noch nicht ganz günstig war. Habe aber natürlich auch andere Kaufpreise bezahlt, muss man auch sagen. Also das rückwirkend ist, ist immer so einfach zu betrachten. Naja, du hast ja da und da gekauft, aber wie gesagt, die Zeit aktuell scheint nie die richtige zu sein. Immer in der Vergangenheit war sie gut. Ja, Standardfinanzierung 10 oder 15 Jahre. Erfurt zum Beispiel bin ich auf 15 Jahre gegangen. Einfach aus dem Grund, die Bank macht ja eine jetzt Haushaltsbetrachtung, die macht aber auch eine Betrachtung nach Zinsbindungsende. Also das heißt, die geht an eine 7er, 8er, 9er Annuität, je nachdem. Das heißt, die schaut nach Zinsbindungsende. Sie gehen von einem gesteigerten Zins aus, kannst du dir das haushaltlich dann noch leisten. Und das habe ich eben mit dem Haus in Erfurt durch die 15 Jahre ein bisschen weiter in die Zukunft getragen. Ich habe mehr getickt zu dem Zeitpunkt und ich habe das Risiko nicht nach 10 Jahren über alle Immobilien, die ich gekauft habe. Einfach um das ein bisschen aufzuweiten. Gut, du hast teilweise auch Sanierungen mitfinanziert. Ich habe die Sanierung teilweise mitfinanziert, richtig. Ich habe die Nebenkosten eigentlich immer aus Eigenkapital bezahlt und ansonsten eine Standardfinanzierung. Also 100 Prozent, 10 Jahre in der Regel, 2 Prozent Tilgung. 100 Prozent, ich glaube, so kriegt man jetzt auch noch? Geht jetzt auch noch, ja. Also ich habe auch schon die ersten wieder, die 110 Prozent sogar machen. Also es gibt wieder Banken, die das machen. Das Geschäft bei denen ist halt auch eingebrochen. Eine Zeit lang haben die das Projektgeschäft komplett sein gelassen. Aber gerade bei Immobilien, wo ich lohnenswerte Wertsteigerungen habe, gehen die auch schon wieder auf 110 Prozent. Ja, super. Nicht mit einer 2-Faune, ne? Also das geht da nicht. Ja, ja, gut. Ja, ja. Mal schauen, wie lange wir warten müssen darauf. Okay, Thema Verwaltung. Beim letzten Interview war eben, du hast es gerade schon angedeutet, da warst du nur Selbstverwalter, auch für das Haus in Erfurt. Ja. Und jetzt hast du eine Verwaltung, die macht logischerweise nur das Haus in Erfurt und nicht die anderen, ne? Genau. Also die Eigentumswohnungen sind ja sowieso per se schon in der Verwaltung. Da habe ich natürlich das Sondereigentumsverwaltung, die war bei mir. Die machst du komplett selber? Die mache ich komplett selber. Es war anfangs auch relativ viel Aufwand, gerade um den Kauf rum, wo man dann schaut, was ist an Sanierung, Renovierung zu tun. Mittlerweile muss ich sagen, die Eigentumswohnungen sind eigentlich wirklich passives Einkommen. Da mache ich in der Regel gar nichts. Wenn überhaupt, es ist eine Nebenkostenabrechnung. Selbst da habe ich einige jetzt mittlerweile auf pauschal Nebenkosten umgestellt, da wo die Heizung das zulässt. Da habe ich dann gar nichts mehr zu tun. Also da ist wirklich Ruhe. Ich habe dann Mieter, die sind teilweise jahrelang drin. Da kann man schon wirklich von passivem Einkommen mittlerweile sprechen. Relativ aufwendig war das Mehrfirmhaus in Erfurt. Dadurch, dass da sieben Wohnungen sind, relativ kleine Wohnungen, war relativ viel Neuvermietung. Ich musste viel Wertentwicklung betreiben. Da habe ich jetzt eine Hausverwaltung draufsetzen, die mehr macht als nur das Hausverwalten, sondern die macht wirklich eine Hausentwicklung. Also die schaut, wo habe ich Potenziale. Sie wird auch gekoppelt. Den Tipp kann ich vielleicht noch mitgeben. Also ihre Bezahlung wird gekoppelt an die Mieteinnahmen des Hauses. Das heißt, sie hat auch ein eigenes Interesse, das Haus zu entwickeln, weil sie weiß, dadurch hat sie auch selber höhere Pauschale. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also guten Draht zu ihr. Wir machen alles per WhatsApp. Bilder austauschen, kurz telefonieren. Ansonsten kümmert ihr sich komplett um alles. Neuvermietung, alles. Ist das nicht traumhaft dann? Ja, mittlerweile muss ich sagen, hätte ich die Entscheidung eigentlich früher treffen müssen, das zu tun. Ich habe es zu spät getan. Ich habe viel gelernt dadurch, aber es hat mich auch viel Nerven gekostet. Ja gut, aber schön, dass du es jetzt hast. Also es ist ja oft ein Kampf auch. Okay, eine Frage noch zum Privatbestand. Du hast Restnutzungsdauer optimiert. Ja. Steuerthema. Ja, absolut unterschätzter Punkt, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch vor dem Gespräch für mich nochmal rausgesucht. In dem Privatbestand hatte ich vorher eine, durch die Restnutzungsdauer, die sind in der Regel 50 Jahre, bei älteren Gebäuden 40 Jahre an, hatte ich eine AFA von um die 20.000 Euro. Also ganz kurz erklärt, Mieteinnahmen muss man versteuern, für jeden, der das nicht weiß. Und man kann aber Dinge gegenrechnen, zum Beispiel eine Abschreibung vom Gebäude. Und die ist typischerweise eben 2% auf den Gebäudewert. Achtung, das ist nicht der Kaufpreis, da geht auch noch ein Grundstück weg und dann bleibt ein Gebäudewert übrig. Darauf 2%, das kann ich jedes Jahr quasi von meiner, kann ich abziehen von den Mieteinnahmen, bevor dann die Steuer berechnet wird. Und das kann man optimieren. Ja, genau. Ich rechne immer so ein bisschen die AFA gegen die Tilgung. Die Tilgung ist ja auch ein Vermögensaufbau, der ist zu versteuern. Die AFA, wie gesagt, kann ich von der Steuer zurückholen, beides ist in der Regel 2%. Das heißt, ich rechne immer so, dass meine Tilgung ist steuerfrei zu der AFA. Aber über den Bestand waren diese AFA 20.000 Euro. Und durch die Möglichkeit, die Restnutzungsdauer bewerten zu lassen, gerade bei älteren Immobilien, ich sage mal so ganz grob, liegt die Grenze so in den 90er, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, wo man sagt, ab da lohnt es sich, die Restnutzungsdauer sich anzuschauen, weil die in der Regel kürzer ausfällt als die 50 Jahre. Und konnte jetzt diese AFA, also diese Abschreibemöglichkeit erhöhen auf 45.000 Euro. Also mehr als verdoppeln. Sprich, die Restnutzungsdauer hat sich mehr als halbiert. Ich glaube, ich bin jetzt bei 22 Jahren im Schnitt. Darauf, auf die Differenz, den Spitzensteuersatz angewendet. Das ist das, was es dir am Ende bringt. Bringt dir 10.000 Euro mehr im Jahr. Genau. Also ich kann es einfach so kalkulieren. Oder ich sage, okay, ich habe vorher 20.000 Mietannahmen steuerfrei mir geholt dadurch. Jetzt habe ich 45.000 Euro Mietannahmen pro Jahr, die ich steuerfrei bekomme. Ja. Und über das Portfolio gesehen macht das schon einen sehr großen Teil aus. Also über die Hälfte, die ich quasi steuerfrei bekomme. Ja. Und den Rest, die ich versteuern muss, den kann ich ja immer noch durch Wertentwicklung der Immobiliensteuer, indem ich sage, okay, die Miete nutze ich direkt für eine Reinvestition und zahle sie mir gar nicht erst aus, wenn es nicht nötig ist. Ja. Und das hast du tatsächlich auch mit unserem Partner. Wir partnern ja mit denen, Nutzungsdauer.com. Genau. Das habe ich mit Nutzungsdauer.com gemacht. Es gibt günstigere Anbieter am Markt. Ich muss aber hier sagen, ich bin sehr froh, dass ich die gewählt habe, weil sie einmal eine Garantie, die geben, dass es durchgeht beim Finanzamt. Also es gibt dann eine Geld-zurück-Garantie, wenn es nicht funktioniert. Und die haben komplett umgestellt. Da gab es ja diesen bekannten Brandbrief vom Finanzministerium, dass die nicht mehr anzuerkennen sind. Eine neue DIN-Norm ist gefordert oder eine bestimmte Zertifizierung des Gutachters. Und das ist eben dort auch mittlerweile komplett implementiert. Ja. Also kann jeder gerne ausprobieren. Nutzungsdauer.com. Und da kann man sich ein Gutachten machen lassen für seine Immobilie, das dann eben bescheinigt, dass die Nutzungsdauer kürzer ist. Und dadurch geht die Abschreibung hoch. Ja. Macht sehr viel Sinn. Ja. Vielleicht noch eine Zahl zu der, ich habe alle Gutachten zusammen 5.000 oder 6.000 Euro gekostet. Und das amortisiert sich im ersten Jahr. Du hast es gerade die Zahl genannt durch die Steuererstattung. Bin ich im ersten Jahr schon. Ja. Ja, hat sich das amortisiert. Und ab jetzt Dauerabschiedung ist es für immer für die Immobilie jetzt weniger Steuerlast. Ja. Wobei man sagen muss, das Finanzamt kann jederzeit auch später noch sagen, sie erkennt das jetzt nicht mehr an. Das kann durchaus passieren. Ist mir aber kein Fall bekannt, wo das der Fall ist. Okay. Das ist der Privatbestand. Dann hast du auch angefangen, Immobilien zu handeln. 2020. Dein Nachname ist Fröhlich, was ich ziemlich cool finde, weil dann gibt es eine Fröhlich Holding, was ich noch oder so. Aber witziger ist, es gibt auch noch eine Fröhlich Wohnen. Ja, das hat sich, das hat so schon gepasst. Ein Wohnen einfach Fröhlich. Das musste sein. Ja, geil. Was hat es damit auf sich und wie kam es dazu? Ja, was hat es damit auf sich? Im Grunde die Idee, mal ein Mehrfamilienhaus in kürzerer Zeit zu entwickeln und wieder zu verkaufen. Was ich durchaus auch im Privatbestand machen kann. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Bestand nicht infiziere. Gewerblich, wenn man zu viel macht. Dass ich nicht gewerblicher Grundstückshändler werde. Es gibt Möglichkeiten, also ein, zwei Objekte auch privat zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, solche Objekte voranzumelden beim Finanzamt, um das schon privat auch zu trennen. Die sicherste Variante ist aber sowas getrennt von Privatbestand eben zu tun. Und ja, dann kam die Idee, doch eine Fröhlich Wohnen GmbH zu gründen, eine operative GmbH, um eben genau solche Grundstückshandel. Die dann erstmal Körperschafts- und Gewerbesteuer bezahlt? Die zahlt Körperschaftssteuer 15 Prozent, Gewerbesteuer 15 Prozent ungefähr, je nach Ebesatz. Aber so ganz grob von 30 Prozent Steuern kann man ausgehen. Das heißt, ich habe natürlich einen geringeren Steuersatz, als ich es privat hätte. Genau. Und ich habe halt die Möglichkeit, solche gewerblichen Tätigkeiten zu tun, ohne dass ich privat infiziert werde. Genau. Das habe ich dann, ja, voller Motivation einem Sandkastenfreund von mir beim Mittagessen erzählt, was ich da vorhabe. Also wir kennen uns seit immer, seit 38 Jahren. Und habe mir erzählt, was ich vorhabe. Und der hat ganz große leuchtende Augen gekriegt und sagte, ich will mitmachen. Und ja, dann ging alles recht schnell. Wir haben uns kurzfristig für ein Objekt entschieden, ein sehr lukratives Objekt mit viel Entwicklungspotenzial, mit guten Chancen. Und sind dann kurzerhand zum Steuerberater, haben gesagt, das haben wir vor. Was würdest du empfohlen? Da bin ich beim Timo Blum gewesen, den ich hier sehr empfehlen kann. Und der sagte, na, macht's doch. Das ist unser Steuerberater übrigens auch. Genau, der ist ja auch Coach bei euch. Und auch unser Steuerberater. Oh ja, persönlich. Achso, ich dachte, ihr seid beim Martin Richter. Nee, also Martin macht auch so ein bisschen Strategie mit uns, aber die ist tatsächlich Steuerberater. Ach vom Timo, okay. Jawohl. Seid ihr mal in Fürth ab und zu bei ihm, oder? Wir waren, ich war schon bei ihm ja, da haben wir, glaube ich, auch Kicker gespielt bei ihm. Okay. Aber ja, okay. Genau, und er hat uns dann direkt gegeben, Mensch, also wenn ihr das gemeinsam macht, macht's direkt über eine Holdingstruktur. Das hat einige Vorteile, vor allen Dingen, wenn man auch vielleicht noch ein bisschen mehr vorhat, wenn vielleicht irgendwann nochmal eine Vermögensverwaltung, eine GmbH, dazukommt. Und wenn man vielleicht auch nochmal andere Geschäfte machen will. Und wir können das relativ gut voneinander trennen. Und ich kann die Gewinne fast steuerfrei, sag ich immer. Also es müssen nur 5% quasi versteuert werden von den Gewinnen, die ich in die Holding hochspiele. Also Holdingstruktur hat gewisse Vorteile. Ich glaube, im Detail brauchen wir das jetzt nicht auseinandernehmen. Wir haben dann hier da unser Holding gegründet und dann die gemeinsame Fröhlich Wohnen GmbH und haben dann das erste Mehrfamilienhaus gekauft. Das, ja, wir haben relativ hohen Zeitdruck gehabt. Der Verkäufer wollte verkaufen, die Holding war aber noch, die Firma war noch nicht gegründet. Also das war massivster Einsatz. War schon eine krasse, krasse Phase. So, aber es ging nachher ja alles gut aus. Und haben dann ein Dreier Mehrfamilienhaus in Nürnberg gekauft. Mit 270 Quadratmetern. Die sind die alle in Nürnberg, die Handelshäuser? Die sind alle in Nürnberg. Eins ist in der Umgebung. Ja, genau. Nürnberg oder Speckgutler, sagen wir mal so. Ich glaube, du suchst gerade ein Bild raus, was du mir zeigen kannst. Ganz genau. Ich sage schon mal kurz, was du mit dem Vorgespräch gesagt hast. Es gibt eben ein Dreier, was du jetzt gekauft hast. Du hast, ihr habt dann noch ein Sechser gekauft. Und dann habt ihr nochmal zwei Dreier gekauft. Und ihr habt euch das eine, das erste ist schon, das was du jetzt zeigst, ist mittlerweile schon verkauft. Richtig, richtig, genau. Das erste ist verkauft. Das, was ihr danach gekauft habt, war ein Sechser Mehrfamilienhaus mit der Idee, es zu handeln. Genau. Wollt ihr aber jetzt behalten? Ja. Weil die GmbH ist mittlerweile keine Handels-GmbH mehr, sondern eine VV-GmbH. Richtig. Durch also entschieden, weil das Sechser Mehrfamilienhaus so viel Cashflow produziert, das sagt, das behalten wir. Und dann wollen wir möglichst keine Gewerbesteuer bezahlen, also sind wir eine VV-GmbH. Ganz genau. Also Vermögensverwaltende GmbH hat halt den Vorteil, dass ich keine Gewerbesteuer zahlen muss, weil Mieteinnahmen nicht gewerblich sind, wenn es rein Mieteinnahmen sind. Und deshalb zahlen wir nur 15% Steuer und wir haben das Objekt so schön cashflow positiv entwickelt, dass wir gesagt haben, das ist doch eigentlich ein schönes Haus, das zu halten. Also in Nürnberg auch wieder, überrascht mich, kauft man was für einen Handel und dann entwickelt sich das so gut. Ja. Ja, also es war tatsächlich, es war halb leerstehend, das Objekt. Dadurch waren die Mieteinnahmen extrem, extrem schlecht, dass selbst trotz des niedrigen Kaufpreises die Rendite noch massiv schlecht war. Aber wenn man da ein bisschen tiefer reingegangen ist, hat man eben schnell festgestellt, okay, das liegt eigentlich anhand von leerstehenden Wohnungen. Ich kann mit wenig Aufwand eben dort einen guten Cashflow erzeugen. Erstaunlich, ist eigentlich offensichtlich. Leerstehende Wohnungen. Ja, aber es gibt doch tatsächlich viele, zu der Zeit war es auch die Mehrheit, die sofort mit der Rendite gesagt hat, okay, rechnet sich für mich nicht das Objekt, die gar nicht tiefer reingegangen sind. Und also das Interesse muss ich dann schon mitbringen, zu sagen, okay, was sind denn die Probleme, wie kann ich die lösen? Ja, du wolltest gerade ein Bild raussuchen, glaube ich. Ja, genau, ich habe tatsächlich gerade etwas schlechte Verbindungen. Ich probiere es jetzt nochmal. Ja, jetzt lädt das. Genau. Das ist jetzt mal ein Bild von außen, von dem ersten Mehrfamilienhaus. Das war tatsächlich auch so der... Das verkauft wurde. Das, das, genau, das ist jetzt ein Bild vorher, bevor wir es komplett saniert haben und dann verkauft. Ja. Genau. Also man sieht ein Haus, das eine nicht so schöne Fassade hat, für die, die uns nur hören können. Genau, also Fassade ist hässlich mit solchen Asbest, das waren so Asbestvertefelungen vorne, der Hauseingang, das Dach ist fast abgefallen, die Garage runtergekommen. Das war einfach nicht schön. Wobei man sagen muss, mit einer Baugenehmigung ist ein Dachgeschossausbau immer noch nicht rechtens. Sondern es geht, eine Baugenehmigung gibt mir nur die Genehmigung, dort etwas reinzubauen. Die verfällt nach, ich glaube drei Jahren ist das bei uns, würde auch eine Baugenehmigung verfällen, wenn nichts passiert daraufhin. Das heißt, es muss eigentlich eine Baubeginnsanzeige noch geben. Es muss auch eine Baufertigungsanzeige geben. Das hatten wir alles mit dem Verkäufer noch verhandelt, dass es noch über seine Person läuft und haben quasi mit Kauf dann eine genehmigte dritte Wohnung im Dachgeschoss gehabt. Das Gebäude selber war aber so von der Größe und von der Anzahl der Wohnung nicht inseriert. Und konnten dadurch einen Mehrwert schaffen. Wir haben also einen neuen Wohnraum geschaffen. Wir haben 70 Quadratmeter Wohnfläche geschaffen, haben die noch ein bisschen optimiert. Habt ihr die ausgebaut noch selbst? Die war schon 80 Prozent ausgebaut. Er wollte eigentlich selber dort einziehen. Wir haben die dann noch weiterhin optimiert. Also haben noch Dachflächenfenster zum Beispiel eingebaut. Haben noch eine neue Klingelanlage, schön mit Videomonitor und so weiter. Wir haben den Hausangang schick gemacht. Fassade auch, ne? Die komplette Fassade gemacht, genau. Die Garagen gemacht, haben noch ein elektrisches Garagentour reingebaut. Und das Schöne war, wir haben alles mit dem Verkäufer direkt in den Kaufpreis reinverhandelt, weil er selber auch Sanierung macht. Und wir haben quasi in den Kaufpreis mit reinverhandelt, dass er das komplett für uns übernimmt. Okay. Und konnten so über ihn mit dem Kaufpreis die gesamte Sanierung machen und sind dann relativ zügig in den Verkäufer. Also haben die Dachgeschosswohnungen neu vermietet, haben einvernehmliche Mieterhöhungen mit den bestehenden Mietparteien durchgeführt. Das war eine Familie unten, alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern, wo wir mit dem Arbeitsamt gesprochen haben konnten, die Miete dort fast verdoppeln. Und mit der anderen Familie sind wir so gegangen, dass es für beide Seiten okay war. Die haben ja auch einen erheblichen Mehrwert erfahren in dem Haus selber, durch die ganze Sanierung und sind dann in den Verkauf gegangen. Ja. Und habt dann mit Gewinn verkauft. Und haben dann mit Gewinn verkauft, ja. Und zwar, und das ist jetzt spannend, das habt ihr wann verkauft? Äh, 2022 müsste es gewesen sein. Ich glaube, anderthalb Jahre hat das Ganze gedauert. Okay. Und die Zinsen waren wo? Die Zinsen waren noch niedrig. Also Anfang 2022. Es war Anfang 2022. Es war noch, ich glaube, der Käufer hat noch finanziert mit 1,1. Echt? Das muss ja Januar gewesen sein oder so? Ja, es war im Februar, glaube ich, ja. Genau. Okay, okay. Also das ist quasi noch, wie wir sagen, like to like vergleicht, so der Marktphase, die davor war. Also das ist nicht durch Zinsen irgendwie beeinflusst. Und was habt ihr Gewinn gemacht, würdest du schätzen? Etwas über 200.000. Etwas über 200.000? Ja. Einfach verdient. Also 470 hatten wir finanziert und haben für 710 verkauft. Ja. Und hatten zwischendurch sehr guten Cashflow positiv. Also das Objekt hat sehr gut funktioniert. Das war auch tatsächlich nicht die Überlegung, das zu halten. Deswegen VV GmbH haben uns dann entschieden, lieber jetzt einmal diesen Starter-Kick an Geld mitnehmen, an Liquidität mitnehmen für den weiteren Aufbau dann. Das dürfte ja schon in der Größenordnung eines gut ausgebildeten Ingenieurs-Jahresgehaltes liegen, würde ich jetzt mal schätzen. Oder auch eines IT-Lealers, Vertrieblers, wie auch immer. So ist so viel Zeit reingeflossen wie ein Jahr Job. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Weil das ist eigentlich krass. Damals noch mehr als heute. Mittlerweile haben wir die Prozesse so optimiert, dass wir selber fast gar nichts mehr machen müssen. Also wir haben mittlerweile überall die Dienstleister. Es kostet halt ein bisschen Cashflow. Ja. Aber auf die Summe gesehen ist das vernachlässigbar. Aber auch da. Also kein Vergleich. Wie viel könntest du parallel machen im Jahr davon? Also mittlerweile mit den Prozessen. Wie setzt du vielleicht 10? 10? Dann würdest du ja 2 Millionen verdienen. Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, man muss auch immer solche Objekte finden. Das muss alles so funktionieren. Okay, verdienst du nur eine. Ich löse immer andere Probleme. Sagen wir, verdienst du nur eine. Funktionieren wird es wahrscheinlich. Wenn das das Bestreben ist. Wir sprechen gleich so. Aber wir haben im Vorgespräch auch ausführlich. Dir macht dein Job großartig Spaß. Und du gibst sehr viel Gas in deinem Job als Angestellter. Das ist für dich tatsächlich ein Nebenbeug. Ist auch, glaube ich, richtig und gut so. Das ist ja nur das, was man eben nebeneinander stellen darf, glaube ich. Einfach in Gedanken. Ist also toll, was ihr da für Werte gehoben habt. Mit was für einem Zeiteinsatz quasi. Okay. Aber genau. Dann gibt es noch ein 6er Mehrfamilienhaus, das ihr jetzt dauerhaft behaltet. Ja. Umreiß mal ganz kurz, was da los war. Altes Gebäude. Baujahr 1875. Ist aber mal komplett gedämmt worden. Wir haben ein Wärmeverbundsystem. Also richtig anständig. Da haben wir weit unter 100er Energiewert. Bei 80 oder 90 Kilowattstunden pro Jahr. War damals beim Kauf tatsächlich noch gar nicht so entscheidend. Wir haben drauf geschaut. Ja, da ist er ganz gut. Mittlerweile sind wir heilfroh, dass das Gebäude so gut dasteht. Viel Leerstand. Drei Wohnungen waren leer. Waren auch in nicht gutem Zustand. Schiefe Wände, schiefe Böden. Wie gesagt, das Haus ist 150 Jahre alt. Das heißt, auch die Balken haben sich schon gebogen. Interessant, aber schon gedämmt. Ist auch witzig. Bitte? Aber schon gedämmt. Aber komplett gedämmt und auch Schallschutzfenster drin. Also da, die Hülle wurde richtig gut gemacht. Aber die Balken waren so, also da musste sehr viel gelogen worden sein in dem Haus. So schief wie die waren. Ja, und haben dann gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich ein schönes Objekt, das zu flippen. Indem wir sagen, wir sanieren, teilen auf, verkaufen die Wohnung einzeln. Haben dann aber gemerkt, dass wir auch einen sehr schönen Cashflow erzeugen können in dem Objekt. Haben halt einen Fehler gemacht. Wir haben zwei Wohnungen oben, das sind über 100 Quadratmeter zusammen, kernsaniert. Also alles, alles, alles gemacht. Alle Leitungen neu, Elektrik neu, wirklich komplett kernsaniert. Was wir hätten für eine Vermietung eigentlich nicht tun müssen. Also der Mehrwert oben hin für die Mieteinnahme ist, amortisiert sich da im Leben nicht. Das war eigentlich noch mit dem Gedanken, wir wollen flippen. Haben uns dennoch entschieden, jetzt zu vermieten. Und das Objekt ist immer noch... Das ist aber die Frage, ob du es im Verkauf gekriegt hättest. Also weil du gerade sagst, amortisiert sich für die Vermietung nicht, ist ja immer die Frage, honoriert das ein potenzieller Käufer, dass du das alles gemacht hast? Also wir hätten versucht, den Markt zu wechseln quasi von einem Kapitalanleger in einen Eigennutzer. Man kann ja relativ einfach durch eine Aufteilung den Markt ändern und dadurch einen Mehrwert schaffen, weil ein Eigenheimnutzer, der schaut nicht auf die Rendite, sondern der schaut, was kriege ich von meinem Geld. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Wohnungen geworden. Ich hätte auch ein Bild da, vielleicht können wir das ja einblenden dann. Die sind wirklich schön geworden und für den Verkauf hätte das, glaube ich, gut funktioniert. Aber wir haben eben gesagt, hier, lass uns doch mal ein Objekt halten, wo wir sagen, wir haben einen regelmäßigen, schönen Cashflow, der uns Liquidität in der Firma gibt. Wir haben jetzt einen Gewinn mitgenommen. Den Gewinn können wir reinvestieren für weitere Objekte. Also ihr habt die 200 Jahre verdient aus dem anderen Haus. Genau. Und das hier behaltet ihr als Cashflow-Objekt. Und das Objekt als Cashflow-Objekt. Und auch wieder ein bisschen als Steuerinstrument, dass wir sagen können, wenn wir Gewinne haben, können wir die in dem Haus eben realisieren und Wertentwicklung teilen. Und unter derselben Holding bei dir habt ihr es dann aber so gemacht, dass es jetzt eben eine VV-GmbH macht Sinn. Klar, das heißt, ihr könnt jetzt in dieser GmbH nicht wirklich viel Immobilien verkaufen. Einer habt ihr ja schon verkauft. Genau. Und deswegen gibt es jetzt noch eine weitere GmbH, weil ihr wollt weiter Immobilien handeln. Da gibt es jetzt noch eine, die Fröhlich-Projektentwicklung. Ganz genau. Wir haben dann gefragt, okay, jetzt haben wir den Gewinn. Freude war natürlich sehr groß. Aber auch die Euphorie, die Motivation, wie machen wir weiter. Wir hatten jetzt die Vermögensverwaltung der GmbH. Haben uns dann entschieden, gemeinsam auch eine operative GmbH für den Grundstückshandel dann zu gründen. Die Fröhlich-Projektentwicklung. Und haben dann direkt zwei neue Objekte akquiriert, wo wir auch den kompletten Gewinn reinvestiert haben. Und das ist auch eine Lessons-to-Learn für uns gewesen. Also wir haben wirklich spitz auf Knopf alles reinvestiert. Und so ein bisschen misstachtet, was wir an laufenden Kosten eigentlich auch in so einer GmbH haben. Das sind keine hohen Summen, aber es sind doch immer wieder laufende Kosten. So, dass wir jetzt aktuell natürlich aus dem Privaten zuschießen müssen. Was ja völlig okay ist, wenn man sich was aufbauen will. Aber vielleicht hätten wir da von der Reinvestition nicht direkt an die Grenze gehen sollen. Und haben dann zwei Objekte gekauft. Nochmal zwei Mehrfamilienhäuser. Und man muss sagen, voll variabel finanziert. Und natürlich in die steigenden Zinsen rein. Also in dem Moment viel falsch gemacht. Viel daraus gelernt, auch im Nachhinein. Es gab schon ein paar heiße Diskussionen, ein paar schlaflose Nächte, definitiv. Wo die Zinsen so richtig durch die Decke gegangen sind. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt handeln. Das geht so nicht. Erzähl mal, was quasi konkret passiert. Oder was so ein bisschen die Zahlen sind. Ich sage es auch nochmal in meinen Worten, weil das ist immer ein sehr, sehr spannender Punkt. Und geht vielen so. Bevor die Zinsen hochgehen, kauft man etwas an. Mit der Idee ist, kurzfristig zu verkaufen. War ja auch absolute Boomphase. Und die Immobilien haben sich alleine im Wert gesteigert, wenn du sie nur da liegen hast, haben. Dann gehen die Zinsen. Und man finanziert dann logischerweise variabel. Das heißt, die Bankrate passt sich dem Zinsumfeld dann an, relativ schnell. Und wenn man das eben macht und dann gehen die Zinsen deutlich hoch, hat man zwei Probleme. Die eigene Bankrate geht hoch. Ich habe gar nicht mehr vielleicht eine Deckung durch die Mieteinnahmen. Und gleichzeitig tue ich mich natürlich sehr viel schwerer, überhaupt Immobilien zu verkaufen. Die Transaktionen sind ja eingebrochen, Mitte 2022. Weil eben Käufer ja plötzlich auch selber viel höhere Zinsen bezahlen müssen, wenn sie etwas kaufen wollen. Und da seid ihr quasi voll reingelaufen mit diesen zwei Häusern dann. Ja. Und wie seid ihr da rausgekommen? Gott sei Dank. Oder erst mal kurz in Zahlen. Wie hoch war, wie ist die Bankrate hochgegangen und was war das im Verhältnis zu den Mieternahmen? Wie lange hättet ihr das aushalten können? Wir hatten eine Vollvariable 2,1 Prozent Zins. Der rechnet sich dann am Eurebor und steigt eben auch mit dem Eurebor. Und der ist jetzt im Peak auf 6 Prozent gewesen. Und das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Und wir haben eben bei 4 Prozent die Reißleine gezogen. Sind auf unseren, also wirklich super guten Banker zugegangen. In dem wir ein gutes Verhältnis haben, der sich sehr für uns eingesetzt hat. Und haben dann die Immobilien bei 4 Prozent, 4,1 Prozent damals festgeschrieben. Tilgungsfrei für die Projektlaufzeit. Ihr merkt dann plötzlich, ihr legt, keine Ahnung, im Monat 1.000 da drauf, 1.500, 2.000. Wir waren tatsächlich noch Cashflow-positiv. Okay. Aber es wäre, also bis 5 Prozent, knapp über 5 Prozent wieder gehen können, weil wir haben gut eingekauft. Teu, teu, teu an der Stelle. Also, aber es ging darauf hinaus, dass wir Cashflow-negativ werden, vor allen Dingen, wenn die Tilgung dazu kommt. Wir konnten jetzt für die Projektlaufzeit, drei Jahre waren das, eben tilgungsfrei festmachen auf 4 Prozent. Dadurch alles super gewesen. Irgendwann kommt die Tilgung dazu. Irgendwann will die Bank was sehen, wenn es kein Projektgeschäft mehr ist. Und dann wird es dann schon knapp. Wir haben ja auch einen Teil unseres Portfolios in Bayern, haben wir ja auch variabel finanziert, haben wir zwischenzeitlich dann auch festgeschrieben. Ja, das sind ja viele, viele, viele gemacht in der Phase und auch der Banker sagte, ja, da kommt gerade jeder. Ja, ja, ja. Der kannte das schon, hat sich aber sehr für uns eingesetzt, das ging gut und wir kalkulieren immer sehr konservativ. Also, einmal was die Rendite angeht, mindestens 25 Prozent Rendite müssen am Ende auf die Gesamtinvestitionskosten beim Verkauf gehen und wir kalkulieren immer eine Zwei-Exit-Strategie. Das heißt, es muss beides funktionieren, entweder aufwerten und verkaufen oder einhalten und vermieten. Nur wenn beides lukrativ funktioniert, ist die Immobilie ein Kauf. Und das hat uns extrem in die Karten gespielt an der Stelle, weil wir gemerkt haben, Verkauf hätte vielleicht funktioniert. Es gab schon noch Käufer irgendwo am Markt, aber nicht wirklich gut und auch mit Risiko behaftet, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt auf eine Beinhalt-Strategie. Sind dann in die Gespräche gegangen mit den Mietern, wieder einvernehmliche Mieterhöhungen durchgeführt, haben da also auch Mehrwert geschaffen und waren dann sehr gut, Cashflow-positiv, dass sich das aufgeht. Aber es war, die Phase war krass. Ein Haus habt ihr jetzt verkauft mittlerweile? Genau, daraus haben wir jetzt ein Haus verkauft. Ich muss sagen, das war ein Dreimeffelnhaus mit sehr großem Grundstück, 1000 Quadratmeter, in wirklich sehr, sehr guter Lage. Nürnberg-Reichelsdorf, grüne Wohngebiet, direkt am Fluss gelegenes Grundstück, aber man ist innerhalb von wenigen Minuten in der Innenstadt. Und haben das Grundstück abgetrennt und das Mehrfelnhaus verkauft. Konnten auch mit ganz gutem Gewinn verkaufen. Und das Grundstück selber entwickeln wir gerade mit einer Baugenehmigung für ein Dreier-Reihenhaus. Die Baugenehmigung steht jetzt kurz bevor. Ich habe es einfach nochmal mitgebracht, falls es an der Stelle rein kommt, einfach um es zu zeigen. Das ist so ein Batzen für eine Baugenehmigung. Da sind wir mittlerweile in der sechsten Schleife. Also für unsere Zuhörer hatte Sönke hier einen Stapel, der ist wie dick. Sechs Zentimeter dick, Papier dabei. Ja, es ist der Wahnsinn und wir sind in der sechsten Schleife mittlerweile. Ich konnte mir vorher nicht ausmalen, wie kompliziert eine Baugenehmigung sein kann. Das mag man ehrlich gesagt gar nicht verstehen. Man hört es ja aus einigen Geschichten, aber so krass ist schon heftig. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, im Bauamt selber, es gibt eine ganze Abteilung, die jetzt nur für das Einscannen solcher Dokumente zuständig ist. Da sitzt du da und scannt das alles wieder ein, was der Architekt gerade ausgedruckt hat. Aber okay. Ja, andere Geschichte. Da sind wir jetzt gerade in der Baugenehmigung für ein Dreier-Reihenhaus. Wir werden dann Projektentwicklung Light machen. Also ihr verkauft das, baut es aber nicht. Wir bauen es selber nicht. Wir verkaufen es halt mit dem komplett verplanten Grundstück. Das Ganze wird noch dreigeteilt und das Mehr für mein Haus selber haben wir jetzt gerade schon verkauft. Das habt ihr abgetrennt und verkauft? Genau. Ja, okay. Und das alleine hat euch auch schon Gewinn gebracht? Ja. Und das, du hast mir im Vorgespräch gesagt, 80.000 ungefähr? Ungefähr. Das muss man... In der Phase jetzt muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, also schlimmer kann es kaum laufen. Das ist ziemlich gut. Also das ist ja voll gut gelaufen. Du sagst eigentlich, schlimmer kann es nicht laufen, weil du kurz vor der Zinssöhung etwas ankaufst, finanzierst es auch noch variabel, kommst dann genau in das rein, wo es unglaublich schwer ist zu verkaufen und gehst dann mit 80 Gewinn raus. Ja, super. Ihr habt vorher 200 verdient, ihr habt hier 80 verdient und habt jetzt noch ein Grundstück mit Projektentwicklung Light. Was geht dir daraus? Auch eher 200, 300 Gewinn? Also wir tun es sehr schwer, den Marktgratter einzuschätzen. Wir haben einen Bauträger gefunden, der baut extrem günstig. Also wir bauen jetzt für 2, 6, 2, 7 massiv voll unterkellert mit allem drum und dran. Der Garten wird gemacht, Carport ist dabei. Das war ja so, da haben wir einen wirklich ganz guten Bauträger gefunden. Genau. Sonder-AFA 6% ist ja vom Tisch, leider. Das wäre natürlich für einen Kapitalerlänger dann auch interessant gewesen. Ist komplett vom Tisch? Aktuell ist es vom Tisch, ja. Ich glaube, vor 4 Tagen war es noch nicht vom Tisch. Muss ich gleich lesen. Okay, mein letzter, also wenn es nicht vom Tisch her wäre, dann das wäre schon ein Highlight. Also es ist noch in Diskussion, glaube ich. Es ist echt in Diskussion. Okay, können wir gleich mal gucken. Ich dachte, Diskussion ist abgebrochen und erst mal nicht, weil kein Fördergeld da ist. Aber gut. Also sie versuchen es reinzubekommen, glaube ich. Okay, informieren wir uns gleich nochmal. Also das wäre keine falsche Information. Wir sind nämlich auch dran, quasi vielleicht selber sowas zu machen, damit wir damit Geld aus der Holdinghaus bekommen. Okay. Also das wäre natürlich sehr interessant. Aber das wäre toll für euch, Neubau-AFA. Spitze. Dem Kapitalanleger das dann so zu verkaufen, dass er dann eine Neubau-AFA ziehen kann. Ja. Ja. Das wäre äußerst interessant. Es gibt schon auch einige Förderprogramme, auch für Familien etc., um in Häuser zu kommen. Da musst du mal gucken. Das ist dann auch gedeckelt am Jahreseinkommen und so weiter. Oder es gibt auch Kredite, wenn ich K440 baue zum Beispiel, da sind wir jetzt hiervon abgekommen, weil die Rechnungen, also die Mehrkosten für den Neubau hätten das komplett kompensiert. Ja, ja, ja. Von daher, wir tun es etwas schwer, den Markt einzuschätzen. Aber wir kommen jetzt bei, ich sage mal, einem 130 Quadratmeter Neubau, werden wir in den Verkauf gehen können. Wahrscheinlich zwischen 570 und 600.000 Euro pro Objekt. Also das ganze Volumen sind dann um die zwei Millionen für das ganze Projekt. Wir denken, dass wir einen Markt dafür finden, gerade jetzt mit den sinkenden Zinsen und den Förderprogrammen. Dann dürften wir auch mit einem ganz netten Gewinn da rausgehen. Ja. Also 2, 3, 400 Kilo, irgendwie sowas wird da ja schon hängen bleiben? Ja, vielleicht um die 200. So was, ja. Okay. Und dann habt ihr ja immer noch ein Dreiermeerfamilienhaus, was auch noch da ist? Dann haben wir noch ein weiteres Dreiermeerfamilienhaus, genau, in Kadolsburg. Das ist Speckhüttel von Nürnberg, also gehört noch zur Metropolregion. Ganz gute Lage. Genau, mit großem Grundstück. Und da sind wir jetzt gerade Fokus drauf, das entsprechend zu entwickeln. Was schätzt du, was kann da rauskommen? 100K, 200K. Nur ein Bauchgefühl. Ja, 200 vielleicht. Auch 200, okay. Weil wenn ich jetzt summiere, das was wir vorhin hatten, dann haben wir 3 mal 200 und 1 mal 80. Was ihr da rausnehmt, ihr habt aber ein bisschen EK auch reingetan. Definitiv. Definitiv, da steckt Liquidität drin. Das ist euer Erspartes aus dem Angestelltengehalt von dir und deinem Kumpel? Genau, und der Gewinn aus der VVU GmbH, von dem ersten Verkauf. Ja, ja gut, genau, genau, klar. Aber okay, also mit den ganzen Aktivitäten kann es schon sein, dass ihr nach einer halben Million verdient habt, die unter dem Strich übrig bleibt. Ja. Könnte passieren. Also es ist nicht, dass du jetzt hier sitzt und sagst, ich habe eine halbe Million verdient, aber das ist irgendwie eine Annahme, die realistisch ist, die da rauskommen kann. Das könnte funktionieren. Wenn sich die Zinsen zwischendurch nicht verdoppeln, aber davon gehen wir mal nicht aus. Ich habe vorher, ehrlich gesagt, lange überlegt, ob ich solche Zahlen hier nennen soll oder nicht. Jetzt habe ich sie ja genannt. Jetzt hast du sie ja genannt. Aber es ist, ja, man lebt halt in einer gewissen Neidgesellschaft, aber ich muss sagen, mir hat damals, als ich angefangen habe, genau das unglaublich geholfen, diese Transparenz, die einige Leute an den Tag gelegt haben, gesagt, ich bin mal ganz ehrlich und offen und kalkuliere mal vor, was ich hier tue. Und wenn ich damit jemandem helfen kann, dann freut es mich. Du bist ja unglaublich bodenständig. Wir kennen uns jetzt seit ein paar Jahren und du machst das nicht, weil du Ferrari fahren willst und Champagner trinken willst und auch nicht, weil du angeben willst, wie viel Geld du damit verdienst. Und das ist auch ja alles, das sind ja noch teilweise ungelegte Eier, aber ich will das ein bisschen bewerten. Also, weil ich glaube, es geht vielen so. Und das ist ja gleich auch jetzt meine nächste Frage. Du hast einen Job, der dich erfüllt. In dem bist du glücklich. Und du baust nebenbei eine Altersvorsorge auf. Ich würde sagen, kann man sagen, die hast du aufgebaut mit deinem privaten Immobilienbestand, die sich von selbst abzahlen, die Cashflow positiv sind. Die bringen dir einfach Optionen im Leben, Freiheit, auch wenn du noch älter bist. Da kann sich jeder vorstellen, wie das ist mit drei Kindern. Da hat man die Zeit auch nicht gepachtet gerade. Und da Optionen im Leben zu haben, so habe ich dich immer wahrgenommen. Und dass du mit diesen Rahmenbedingungen ein Handelsgeschäft auch noch betreiben kannst mit einem Partner, wo du dann die Chance hast, Einnahmen in dieser Größenordnung für dich zu generieren, das finde ich einfach sensationell. Und das erzählenswert, weil das können sich einfach viele nicht vorstellen. Vielen Dank für das Feedback, weiß ich es ja zu schätzen. Ja, also es ist tatsächlich viel Spaß dabei, das nebenbei zu tun. Dein Job ist mehr als 40 Stunden. Du hast das schon mal gesagt. Also meinen Job kann ich nicht 40 Stunden erledigen und der muss immer vorgehen. Und meine Immobilien geben mir, ehrlich gesagt, nicht ganz die Erfüllung, die ich im Job habe. Es gab schon mal Gedanken, wie wäre das eigentlich, wenn und so. Aber ich muss sagen, also im Job erfährt man Immobilien, man kann tolles Geld verdienen, sicher, man hat auch Spaß dabei. Aber der Job gibt einem nochmal ein paar andere Dinge, Wertschätzung, Anerkennung, vielleicht auch ein gewisses Nachtgefühl, was auch immer, die ich bei Immobilien so nicht erfahre. Von daher ist mein Hauptjob immer noch mein Fokus. Genau, also das hast du mir auch gesagt, dein Hauptjob ist dein Fokus, der muss immer vorgehen, logischerweise, muss die Dinge da tun, die von dir verlangt werden. Und du hast ja da auch keine, also als Abteilungsleiter hat man ja da wirklich dann auch eine Verantwortung. Du hast drei Kinder, die schaffen ja, die Kinder haben ja per se Priorität Nullstatus. Vielen Dank an meine Frau an der Stelle, die das grandios macht zu Hause, mir echt den Rücken frei hält, also ganz toll. Genau, aber ein Thema mit dem Kind hat immer Priorität Nullstatus, das muss man dann auch tun, also vielleicht die Frau, wenn man die tolle Unterstützung so und sich da aufteilt natürlich, aber trotzdem ist ja Zeit mit Kindern auch sehr, sehr wichtig so. Und jetzt machst du diese Dinge noch nebenbei, da drängt sich eine Frage auf, was ist dein Top 1 Zeitmanagement-Tipp? Prozesse finden, Prozesse automatisieren. Es klingt so trocken und so theoretisch, aber ja, das ist also wirklich, wir haben mit mittlerweile so viel automatisiert, sei es Tools, die wir verwenden oder ganz bestimmte Vorgehen, die wir einfach immer wieder so abarbeiten. Von der Akquise, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, also welches Tool wir nutzen zum Suchen, wir nutzen Immobingo, heißt das, es gibt ja verschiedenste, Immometrika und was es alles gibt. Wir selber fahren jetzt mit Immobingo sehr, sehr, sehr gut. Was die Akquise, was die Suche angeht. Immometrika ist auch ganz toll. Immometrika ist sicherlich auch ganz toll. Genau, da gibt es verschiedenste, aber da kann ich schon sehr viel automatisieren. Ich habe ein großes Spektrum, was ich einfassen kann. Ich kann mir nach den entsprechenden Renditen, Quadratmeterpreisen, Rente rausfiltern. Also finde sehr schnell täglich meine Immobilien. Habe ein Bewertungstool, da nutzen wir jetzt Pricehubble. Ich glaube, mit denen arbeitet ihr, glaube ich, auch zusammen. Für die Einwertung. Ich glaube dir, dass du gute Tools hast und gute Prozesse. Aber wie strukturierst du deine Woche? Oder wann fließt Zeit in diese Immobilien-Themen? Wie organisierst du dich? Ich habe angefangen, mit mir ganz feste Zeitslots zu nehmen, wo ich sage, zu der Zeit kümmere ich mich Immobilien. Es hat mäßig funktioniert, muss ich sagen. Weil oft kommen dann Themen so rein, wie sie halt gerade, Tom. Entweder Mieter schreit gerade, weil irgendein Problem ist oder es muss halt gerade jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Oder der Bauträger will irgendwas, dass es mit diesen Zeitslots mäßig funktioniert hat. In der Regel nehme ich mir übers Wochenende. Wo ich sage, also den Samstag für Immobilien, Sonntag für meine Familie. Und ansonsten haben wir so viel automatisiert, dass mittlerweile der persönliche Einsatz sehr gering ist. Also alles, was im Privatbestand ist, läuft mittlerweile fast passiv, auch durch die Hausverwaltung. Und was in der Firma läuft, haben wir sehr viele Dienstleister, die kosten Geld. Aber ich sage mal, man verdient ja auch gutes Geld. Dann muss man bereit sein, von diesem Kuchen auch mal was abzugeben und gerne auch ein größeres Stück abzugeben. Wir haben einen unglaublich tollen Makler. Der macht nicht nur den Verkauf für uns, der macht uns auch die Mieterhöhungen. Der macht alles für uns fertig. Wir haben gute Hausverwaltungen. Wir haben einen guten Banker. Den rufe ich nur zu. Der weiß sofort, wie er sich da zu kümmern hat. Und so ein Netzwerk, sich sowas aufzubauen und bereit zu sein, was abzugeben. Das hat eigentlich dazu geführt, dass wir relativ wenig Eigenaufwand haben. Tolle Erkenntnis. An der bin ich ja schon ein paar Mal dran vorbeigekommen. Also ich habe jemanden, der macht seine Sache gut, der kostet Geld. Aber dann habe ich auch wirklich keinen Stress damit, weil es jemand für mich tut. Verzichte auf etwas Marge, aber dafür kann ich Projekte umsetzen. Weil die Alternative ist, ich gehe baden. Ich mache quasi ein Projekt, mache alles selber, gehe damit aber de facto baden. Ob das jetzt mental ist oder zeitlich oder finanziell oder wie auch immer. Es ist viel besser. Ich habe einen Dienstleister, auf den ich mich verlassen kann. Ja, also es gibt auch im Immobilienbereich oder vielleicht gerade da gibt es auch schwarze Schafe. Die wollen immer nur an dein Bestes. Die wollen immer nur an dein Geld ran. Aber mittlerweile ist man dann in der Position zu sagen, okay, dann mit solchen arbeiten ich halt nicht zusammen. Lieber eine authentische, eine offene, transparente Austausch über das, was man vorhat und was vom Kuchen abgeben. Und dann findet man irgendwann die Leute, wo es einfach funktioniert. Und da entstehen auch Freundschaften dadurch. Ganz toll, Sönke. Du bist 38, ich glaube, bei einem ganz tollen Punkt im Leben, wo viele gerne mit 38 stehen würden. Mit den Optionen, die du in der Hand hast, auf die Zukunft gesprochen. Ich kann echt nur den Hut ziehen, was du alles gleichzeitig hinkriegst. Vielen Dank. Dann gratuliere dir und sage vielen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank, lieber Marco. Ganz großes Lob, wie du es immer schaffst, in so ein Interview einen roten Faden reinzukriegen. Ich bin immer wieder begeistert, wie du das schaffst. Ja, hier gibt es ja den Zettel, den wir im Vorfeld vorbereitet haben. Wahnsinn, echt. Ganz toll. Danke dir, Sönke. Ciao. Ciao. Hier noch ein kleiner Nachtrag, weil wir es doch glatt vergessen haben. Es gibt nämlich eine ganz tolle Möglichkeit, sich zum Thema Immobilien auszutauschen. Das sind die sogenannten Immocation-Stammtische. Schaut da gerne mal auf der Homepage, immocation.de slash Stammtische. Da sind alle Stammtische deutschlandweit verlinkt. Von dort gelangt ihr auch direkt in die lokalen WhatsApp-Gruppen zu dem Thema. Ich selber darf den Stammtisch in Mittelfranken organisieren, also Nürnberg, Fürth, Erlangen und Umgebung. Wir sind mittlerweile über 500 Teilnehmer. Wir tauschen uns in der Gruppe selber fachlich aus, treffen uns aber auch regelmäßig live. Natürlich bei weitem nicht in der Teilnehmerzahl. Und ich würde mich freuen über jeden, der Lust hat, sich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen. Der sagt, er will einfach mal in den Erstkontakt kommen. Oder auch Leute, die sowas seit Jahren machen und einfach Lust haben, ihr Wissen auch weiterzugeben. Wir haben wirklich von Anfänger bis Vollprofi alles mit dabei. Wir haben einen ganz tollen, lockeren Austausch. Regelmäßig Vorträge zu Fachthemen, die wir organisieren. Treffen uns teilweise auch einfach nur so zum Kennenlernen, zum Netzwerken, zum Austauschen. Und jeder ist herzlich willkommen. Schaut euch das gerne auf der Homepage an. Und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, dazu zu kommen.